Die Headlines des Tages. Waffenruhe für Bergkarabach vereinbart, Holocaust-Überlebende erhalten Gestenzahlung von 5000 Euro und Großbrand in Klavierfabrik Bösendorfer. In der Region Bergkarabach ist Medienberichten zufolge eine Feuerpause vereinbart worden. Die Armenier in Bergkarabach hätten der Forderung Aserbaidschans zugestimmt, die Kämpfe zu beenden und ihre Waffen abzugeben, meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch. Zuvor hatte Aserbaidschan in der Früh den zweiten Tag in Folge seine Militäroffensive in Bergkarabach trotz internationaler Appelle zur Einstellung der Kampfhandlungen fortgesetzt. Auch bei der UNO-Generaldebatte in New York war Bergkarabach das Thema. Die erneuten militärischen Aktivitäten, davon bin ich überzeugt, führen in die Sackgasse. Sie müssen enden. Auch andere Vertreter westlicher Staaten forderten ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen, darunter Frankreich und Italien. Die Türkei hingegen stützte das Vorgehen Bakus. Wir unterstützen die von Aserbaidschan unternommenen Schritte zur Verteidigung seiner territorialen Integrität. Die Ex-Sovietrepublik Aserbaidschan hatte am Dienstag einen groß angelegten Militäreinsatz zur Eroberung noch nicht wieder eingenommener Teile Bergkarabachs gestartet. Dabei sind offenbar mehr als zwei Dutzend Menschen getötet und mehr als hundert verletzt worden. Unter den Opfern sind auch Zivilisten und Kinder. Eine einmalige Gästenzahlung von 5000 Euro gibt es in diesem Jahr für Überlebende des Holocaust. Das hat die türkis-grüne Regierung am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Mit dieser Einmalzahlung bringt die Republik Österreich die besondere Verantwortung auch gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus zum Ausdruck. Jene Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Bedürftigkeit zusätzlich noch Unterstützung benötigen, haben darüber hinaus die Möglichkeit, Individualzahlungen beim Nationalfonds zu beantragen. Der Hilfsfonds wird im nächsten Jahr auf drei Millionen Euro verdoppelt. Etwa 350 Holocaust-Überlebende, die im Ausland leben, werden seit 2003 mit diesem Hilfsfonds unterstützt. Das heißt, dass Hilfe im Alltag, die Unterstützung lag im Schnitt der vergangenen Jahre zwischen 4000 und 6000 Euro. Damit wurden beispielsweise Medikamente, Rollstühle, Brillen, Hörgeräte oder auch Arzt- und Operationskosten finanziert. Den parlamentarischen Weg beschreiten nun die Reform des österreich-jüdischen Kulturerbegesetzes sowie das Ehrenzeichengesetz. In der Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen, der die Einsatzkräfte stundenlang in Atem hielt. Vier Feuerwehren mit knapp 100 Helfern waren im Einsatz. Betroffen war ein als Archiv genutztes Nebengebäude. Das Objekt brannte bis auf die Grundmauern ab. Das Produktionsgebäude konnte geschützt werden. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.